Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play NBA 2K The Day. Heute wieder Yannick mit dabei. Hallo schon. Nachdem im letzten Spiel ich alleine gegen NYPD gewonnen habe. New York Police Department. Gegen Vince Carter. Du schon wieder. Ich guck mir hier gerade unsere Tabelle an. Richtig richtig geiles Spiel. Wir haben gewonnen. Jetzt spielen die Portland Trailer. Was egal. Ne, 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 kann man hier auf Spielstatistik? Nein, ne, nicht. Ah, genau hier. Tabellen. Die Vision. Und die Vision sind vier. Zweiter hinter den Rockets. Hinter den Rockets haben auch noch ein paar wenige Spiele. Wir haben erst drei Spiele. Wir haben schon fünf Spiele. Wir haben erst ein Spiel. Und haben sie verloren. So, dann gehen wir mal die Northwest-Division. Da führen die Thunder mit vier Singen. Oh mein Gott, es wird schwer. Das ist die Division. Oh, Lakers. Und Clippers bei Los Angeles. Atlantik. Da führen die Brooklyn Nets. Die Neuen. Da die New York XR fertig am 8. Da die Pacers führen in der Center. Die Pisser. Die Pisser. Und die Bobcats. Bobcats. Aber hier auch schon zwei Niederlagen. Einmessiges am besten, oder? Hahaha. 05 ist eine gute Quote. Ja, das ist das. Hier. Das ist in NBA. Alles nicht so mal. So. Oh, das macht mir denn das nicht einfach mal. Das wissen jetzt auch gucken. Äh. Ne, da gibt's nicht mehr. Ah, Konferenz. Das ist genau. Gott, und sind die total schlecht. Sechster. Bobcats. Der nächste Konferenz. So, warte mal. Nein, wir spielen jetzt zocken. Leck mich da auch hier. Die zocken jetzt so. Oh. Okay, Leute. Wie spielst du die Portland Trailers? Und zwar zu Hause. Wir haben drei Siege zwei Niederlagen und die Blazers genauso. Ne, die Blazers kriegen jetzt nur eine mehr. Ja. Eine Niederlage mehr. Und jetzt die Startaufstellung für die Portland Trailers Blazers in der Defense. Drei waren sie sich. Ich bin ja schon da. Ich bin ja schon da. Gleich, aber warte, wir müssen um die Startaufstellung sagen. Für die Blazers. Damon Lila. Sag. Hör was? Den zweiten. Achso, Nicholas Batty. Wesley Matthews. War JJ Hickson. Ja. Und ein anderer. Okay. Okay. Ich will ihn jetzt mal los hier. 2K Sports in the NBA. I'm your host, Damon Bruce. The NBA regular season tips off. It's gonna be LaMarcus Aldridge and the Portland Trail Blazers up against the Dallas Mavericks. See you later. My rain is as far as your eyes can see. It's amazing. So 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 amazing. It's amazing. Portland Trail Blazers. King. The Dallas Mavericks. Und ihr habt ihr gerade das schöne Lied gesingen mit den Alli und Lob City. Ja Leute. Die gibt es nicht nur in Los Angeles, sondern auch in Dallas. Oh. Bei uns. Und wir legen sofort los. Für die Mavs. Darren Connison. Nick. Achso. Vince Carter. Sean Marion. Und Dirk Nowitzki. Und Chris Kamen alias Ganderl. Hm. Achso. Ja. Kennen wir. Dirk Nowitzki in der bisherigen NBA-Saison immer noch verletzt. Spielt nicht. Wegen seinem Knie. Die sind immer zu groß. Was hier. Lappenholt. Oh. Damon Lillard. Gute Besichtigkeit und Körperbefalle in der Luft. Kann am Korb abschließen. Kein zweiter. Gibt ihm Ball und geht aus. Äh. Nein. Damon Lillard. Rookie. Ein Rocky. Ein Rocky. Okay. Wer springt? Du. Ja. Y-Lon. Echt? Ist das ein Y-Lon? Achso. Ich warte so. Du. Was sagst du? So. Ich geh mit Colosson an Lilla. Warte mal. Achtung. Wir müssen gucken ob wir auf. Ja haben wir. Ach. Profi. Könnte aber am Arsch lecken. Schöner Reklaunch von Dirk Nowitzki. Colosson. Du hast... ... ja Kamin. Ach egal. Ich muss mich ja erstmal wieder an die Steuerung geholt gehen. Also ich bin der Blaue. Janik immer auf der Dürmer. Ja Nikolas Batum. Französischer Spieler. Okay. Schöner Runner. Mit Colosson dabei. Mit Colosson dabei. Okay. Mit Colosson ist mitgegen. Schöner Pass auf Dirk Nowitzki. Okay. Versuch immer noch in einer Reingrenze vorzupassen. Ich geh mit Nowitz, äh mit Colosson an. Ja, war gut die Defense von Derrick Nowitzki. Doch ich Maintenant kriege dich zu nutzen. Von Dirk Nowitzki. Ich hab mir nicht gerne geblendet. Ich hab mir nicht gern gedrückt. Aber... Ich hab mir nicht gedrückt. Fünfte Lachen von Aldrich, nicht nachschwingen, er war dran im Blatt. Langhock aus Aldrich zu Orlando, 21 Punkte, 12. Matthews for free. Aldrich, der hatte einmal in Dallas einen Buzzer wieder gemacht. Er ging rein, war das nicht? Nein, zu früh genommen, haben zu früh den River geholt. Das ist zu groß, einfach zu. Das ist nur hier vorne. Ja, mach du mit Marion. Und komm, vor 3. Von downtown. Vor 3. Von downtown. Ich bin der Kader. Das geht. Das geht. Den fetten. Den riesen, der. Ja, nehmen. Ich springe dann auch hoch, aber da haben wir leider nicht mehr bekommen. So, Collison. Zack. Oh, cool. Marion! Schöner Pass von Darren Collison. Ey, wenn wir wieder mit 20 Punkten führen, dann, dann muss das Problem spielen. Nicht so gegen Miami. Ich habe noch verloren. Ja, aber wir haben auch verloren. Ja, aber wir haben auch verloren. Ah, Schrittfehler. 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 Hast du was passiert? Na, jetzt. Ich hab die Idee. Ich hab nie gedacht. Kolliser. Ich hab mich da ein paar Mal gedreht mit Mowitzki und dann ist er rein gegangen. Machst du denn mit Kader? Ja. Auf so einer Bahn geht Jumping. Alter, wir haben ein bisschen Spaß. Boah. Ich war ein Stil. Collins erstes. Ich versuche immer noch schön Blockzustellen, immer so rumzuspringen. Ich bin mit Kader an. Schade. Er hat irgendwie ein bisschen was schief gelaufen. Jetzt geht hier. Jetzt geht hier in die Mitte. Rein! Hä? Ich hab' das mal lieber so rum. Mann, ich kenn' die Kader. Oh, schöner Dank. 67. Geht besser. In die Mitte. Kayman! Achso. Du hast auf den Ring, der auf den Ring gesprungen dann über den Kopf. Das ist sehr sehr. Ich hab' das. Ich hab' das. I don't know. Watt, wo spielt Mavericks auf Platz 4. Mit 8,6. Let'ss. Let'ss. Timeout! Und? Wann ist das drinnen? Na wo, Maio? Na wo im Maio? Ja, Maio. Die Tour... Die Tour? Die Tour. Ich hab' das nicht. Ähm... RACE. Du bist raus im Kerner, ne? Ha! Die Races erhöhen! Skipp! 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 3 Offensive Rebounds für Portland! Well, the thing that comes to mind to me is how effective he is around the rim. In this season the NBA is very good. Oh! Is that a threat? Skipp! Ah, bad. Hm, not good played. One has to rank in the other side of the game. Yeah, me too. Oh, that's how you do it. Yeah, that's how you do it. No, no, no fancy, but he finished with force. Now, here's Cowson. Ah! 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 And now Matthews pushing it up. No one has to stop him. That's good. Oh, that's good. Oh, that's good. Okay, that's good. Oh, no question. He loves to attack the rim. Brent? I don't want to hit him. Ah, so. Yeah. He's always had a good height for his position 6'11, but he's done a nice job filling out that frame. Hä? Machst du nicht hin? Ach! Ich dachte, du hättest den Ball. Nein! Machst du nur aus der Fall drauf. Ich hab nur x gedrückt, weil ich dachte, du hättest den Ball, ich würde Spieler wechseln. Das musst du nicht hinüber so stellen, dass du ihn ... Na ja, die beiden hätte mal so ... Kann sich einer so hinstellen, so hinstellen, so. Das ist ja, dann in so block. Dann müssen wir uns mal anstrengen, hier. Mh ... Ich habe schon gesagt, dass er jetzt trifft. Ich habe wieder einen Rückstieg. Ich bin ein bisschen froh. Ich habe einen Glück. Mensch, Rick Carlin in Trimern ausfällt mir. Ich bin ein paar Mal aus. 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 Ich mache jetzt eine kurze Pause. Bis gleich. Ich bin ein paar Mal aus. So, hier sind wir wieder. Und der letzte G2, der muss ich mal aufholen. Dylonte West ist drin. Dylonte West ist drin. Dylonte West gewonnen. Nur 64% Wurfball, 12 von 22 anzus feiern. Besser als Sinkmeyer mit 18 von 14. Ey, soll ich mal mit, äh... Dylonte West ist drin. Dylonte West ist drin. Dylonte West ist drin. Dylonte West gewonnen. Dylonte West gewonnen. Was für sich? Dylonte West ist drin. Dylonte West ist drin. Reaching Foul. Sorg mal, ich geh mit ein Mayo an, du bleibst noch mit Carter. Nee, du musst mit ein Mayo an ganz hinten an. Du gehst mit Thiemann in Battum ran. Oh, falls ich das sehe. So, mit West an Lila. Ich geh wieder ran. das war daran doch in der Mitte der Haare mit so einer Konzentration ich bin in der Glocke das ist so ein das ist mit einer Freiburg wo es gibt das ist ein guter Schützer nach der Ersten ist es sieben Uhr kommen auch nicht mehr Prozent das ist ein bisschen 2 und die Begründung in den Parken zu beten Ich bin hier mit West. Ich bin hier mit West. Ja, West kann auch weiter. West, die Tore. Also Vince Carter? Hey, wo darfst du? Das war meiner. Elioop! West ist zu klein. West, du, ich hab den zurückgehauen. Na, Vince Carter? Ja, was er liebt? Ja, was er liebt? Ja, bei deinem Schleswig-Holstein. Ja, bei deinem Schleswig-Holstein. Ja, bei deinem Schleswig-Holstein. Ja, jetzt 3 Kontrollen. Gut, nein, jetzt aber. Jetzt aber, Vince Carter. Mann, schon wieder zu rein! Oh, Mann! Da kommt das! Ich verschenke die Punkte. Die NPA-Ränge. Freiburg waren Portland letztes Jahr Best Zweiter. Mit 80 Prozent, ey. Diese Menge. Ich bin nämlich nur 2 geboren oder so. Ne, 5 Stück geboren. Davon waren 4 drin. Ha, gefickt, Junge! Die Hau den noch drauf. Aber war das mal schön geblockt von... Er wollte den Griff. Von Mario. Was spielst du denn da wieder umher? Ich hab gesehen, dass er da rein läuft. So, erstmal West hier. Aufbruch. Feldkörper. 8 von 11 für die Mavericks. Und jetzt. Komm rein rein! Die Hau den dann. Na, Mario! Ich hab' den. Ich hab' den. Du, 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 du. Kanzler haben wir noch ausgehauen Schöner Rangelsen noch 34,4 Sekunden die Leute sind gerade an den Weisheit mehr mit dem Rinder es gab es ist ja du kannst einfach wenn es ganz einfach bis zum Ende und wo es dann wäre es nur so stehen bleiben und in den mit dem mit dem Vorfeld das ist die Folgen er ist es er habe ja eine Anerkennung das ist ein bisschen ein Lappen es geht es ist so es ist so nicht durch er hat gesagt nicht durch sie Du bist so dein Scheiß-Buzzer-Bieter-Macher, dachtest du dir gut. Nee, mach's aber nur witzig schnell. Mach mit Cunningham. Näh? Werf doch! Mann! Sollst du nur witzig passen, passt wer zu kämen. Ja, ich hab das eigentlich zu nur witzig mit durchzuhalten. Das ist kein Witzig. Ich hätte einfach mit Jones den 2-Punkte-Wurf reinmachen sollen, hätten wir noch ne Chance gehabt. Aber du warst ja wieder so auf deinen Scheiß-Wurf da. Oh, derrick Rose. Derkwurst. Ja, ich hab den Text. Da hinten. So, Leute. Zweiter für dich an dir liegen mit 2% an. Hier ist ein Trailerblazers. Ich hab den Trailer-Blazers vertreten. Ich hab den Trailer-Blazer-Blazer-Blazer-Blazer-Blazer-Blazer-Blazer-Blazer-Blazer. dann sind wir so grün jetzt er mit Collison, jetzt wieder drin, dann der ist wieder fit und dann kommt man rein mit Brent Schau mal, ja da ist der Punkt dann ist der Punkt H, aus, der war aus wenn der so ein Wurst jetzt sind und davon gehen zwei Spielen, der und gerade er hat noch angekommen ist der spieler schiebt frei macht einfach werfen statt werfen passen einfach zumindest passen wie er es gerade könnte machen Ranks? kommst du denn? ich hab ein bisschen so du weißt du was 3 Sprengen in den Sonnenfeld ja ja freie Aussage Block von Cayman war das Cayman? ne mit und und so einer ne doch das war Cayman so ich bin mit Jones geh hier an wo ist das? das ist das ist das ist das ist ach keine Ahnung du renst da durch voll komisch ja ich renne aber durch weil ich den mitgemacht dann ne du scheiß Dank wer einfach einfach denkst du lass mir den Dank na schon ne der kann schon rein aber ist das Block Block und 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 Jones Wenn nicht der Fall nur Witzkrieg. Vielleicht für nur Witzkrieg vor 3? Für 3. Für 3. Und? Scheiße. Die dumme Dingshang. Mach ich mit Westersmacht. Ich renne erst mal. Wie können wir mal abklatschen? Witziger denn. Ich bin doch eine Scheiße. Eigentlich ist es noch nicht so. Ja, klar. Wir müssen nur darauf achten, dass dann das... äh, wer gerade wer ist. Witziger jetzt nen schönen Wurf. Ja, jetzt steht ein Bleistand. Ja, wir hätten das noch nicht mit 10 Punkten Rückstand. Ich geb mal die Westersmacht. Mach du wieder aus? Können sie nicht Feuer machen? Heyman raus. Ja, das ist schon ein Frag. Aber das ist schon ein Frag. Ich hab da. Oh mein Gott, da kommt ja immer noch ein Spiel. Leryon kommt mal rein. Ja, das ist ja so. Gutes. 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 Man die Position. Pferd google-zusinação. Ob das Erfahrung weiß? Gott, ob das groß ist. Gutes aus. Wetter. Aber er kann Tomade was ollut. und dann das war auch ein netter Sekunden das ist meine das ist meine die 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 Zähne zeigen sie auch sind nicht schön Das ist aber schön, dass ich das zeigen kann. Da hätte ich meinen Dankeschön. Oh, genial. Koller, dann ist das mein. Der stand falsch. Ja, der hat einen Bodenpass. Das ist ja LT und A. Ah, das sind ja vorhin ausgesehen den Bodenpass gemacht. Das sagt Koller. Nicht nur alles für den Xbox-Kontrolle. Hier. Marion, der kann ja. Ja. Sie haben gesehen, dass ich Marion mehr habe? Ja. Der Koller wurde ein Block. Ja, ich werde. Aber das ist zuerst. Ist das Batou? Ja. Das ist Nicolas Cage. Das ist Nicolas Cage. Franzmann. Und dem Franklern. Ja, man. Ja. Das war gut gespielt. Der ist schön reingelt. Beigelaufen. Ja, man. Das war gut gespielt. Der ist schön reingelt. Der ist schön reingelt. Beigelaufen. Ja. Ey, alle drei. Er stand mit dem Rücken zum Korb und hat reingemobbelt. Ja, alle drei. Ja, der bestimmt immer mal zu für. Ja, der bestimmt ist immer zu der – STM. Und Lass mal. Muck jetzt wieder rein. Die ganze Zeit macht Brant rein, das. Die 30-35-Stehe steht. Und wir führen sogar, ne? Boah, das ist nicht so der starke Gegner. Wobei, ich glaube, das ist schon ein bisschen spannend. Da hieß es auch einfach daran, dass wir da nicht spielen. Beziehungsweise ist es ja gar nicht gespielt. Verwandelt! Na, guter Block! Da ist ein schöner Block. Dann ganz zurück, hat den neuen Jungs. Das ist ja nicht so. Ja, das ist ja so. Boah! 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 Oh, Mann! Mann, war sein Kopf im Weg. Das war das, ey, wer der andere kommt? Ich hab den extra so schön gemacht. Wollte die Leiter so schön machen, weil ich den gesehen habe. Ja. Wir sind bald. Wir machen. wir machen. Wir machen. Oder wir machen. Die St! Wir machen. Jetzt ist es noch so. Das ist immer so. In der Sätze ist es auch sehen. Das ist einmal kurz. 2,3 Leck. Jetzt ist er weg. Ruckelt kurz vor und dann läuft er permanent durch. Wir nehmen den Ball ab. Oh ne, jetzt rennt er weg. Ich geh ran. Hätte ich gut freigelaufen. Carter ist meine. Hier rein! Hä? Du rennst jetzt so weit nach hinten? Mein Fresse! Du triffst da auch nicht. Ja, ich... Ein Versuch mit den komischen Dreh-mich-Spurken und so. Wo ist die 360-Bierflache? Brent. Ich siehst alles nicht. Ja, sehr schön. Ja, aber ich dachte, ich pass auf Brent. Ja, der macht Kader schon geil nach. Mann, der hat ein bisschen... Der hat ein bisschen mit der... äh, Frau oder der Zuschauer. Der hat ein bisschen mit der... Ja, Leute. Alle springen hoch, ey! Auch mein Verdnaß. Ich bin nicht auf, weil ich geh zurück. Ich geh zurück, ich geh zurück. Ich geh zurück. Hier rein. Ja, der ist ja reingeflohn. Ja, der ist noch reingeflohn. War guter Plan. Ja, man hat dich gesehen. Ja, man hat dich gesehen. Gott, ich sch die Zerfolge vor dem Stichst aber man der Tat der dazu gestanden das ist der die Beine auf uns so ein Bremser so lange das ist die Nieder ist das sein die ist und feier so als es nennen ganz so wichtig aber nicht erstmals vor 20 von 17 ja und wenn er das ist und du jetzt muss man in die Kante gehen das ist leider übrigens immer weg von einem Spieler was das an die Tiefkolle die Wittgen 20 Jahre bis er da ist es gibt es auch gar nicht und schätzt nur Witzke aus der Vordergrund machst du boah guck mal drauf der Uhr noch und du hast mir noch nach vorne passen soll du hast geworfen mann da vorne stand eh keiner hättest eh nicht geschafft wow super viel besser 746 stehts für die Portland Trailblazer so Halbzeit wir sehen uns im nächsten Part wieder ja nach dem Halbzeitbericht tschau Brought to you by Sprint From the 2K Sports Studio they're at the break out of the American Airlines Center in what's been a tight game the Trailblazers in a close one against the Dallas Mavericks an excellent job of getting into the paint piling up those second chance points LaMarcus Aldridge playing impressively so far he has six points and also has grabbed five boards and for the Mavericks also a strong start it let him hang around so far now it's anybody's ball game it's been a dominating outing for Darren Collison through two what he's been able to do from the field has been nothing short of spectacular only a select few players in the league can shoot the ball like that let's get things going with a look ahead to some games slated for later out in Denver it'll be the Nuggets against the Spurs there should be some good highlights from that game tip off is at 7 Eastern and one game also on the docket the Houston Rockets will be playing out against the Jazz in Utah start time 7 o'clock Eastern and here's a look at the other NBA action from around the league for the Grizzlies they'll be up against the Timberwolves out in Minnesota 7 p.m. Eastern 10 p.m. Pacific is the tip time and that does it for us here in the studio thanks so much for joining me and now back out to Kevin and the gang we'll see you next time bye